hey leute und willkommen zurück zu dragon ball legends morgen ist mittwoch bedeutet richtig morgen ist update tag wie ihr sehen könnt ein sehr sehr langes update von 3 uhr morgens bis 11 uhr am vormittag what the fuck das ist mega riesen langes update da kann es sein dass nicht nur das reinkommt was wir sehen sondern noch viel viel mehr und zwar zuallererst wird das kampfsystem überarbeitet aber wie gesagt ich denke nicht dass das nur das sein wird gemeinsam mit der wartung vom 20 5 also morgen werden mit der implementierung von kampfsystem 2.2 einige probleme behoben und noch taktischere kämpfe möglich ich habe das durchgelesen und ich finde es mega mega gut vor allem der allererste punkt der allererste punkt ist für mich persönlich mega geil aber wie gesagt das ist ein extrem langes update da kommt nicht nur das da kommt noch viel mehr ich bin sehr 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 gespannt was sie alles tun werden was sie alles tun werden und ja lass dich überraschen morgen mittag gibt es dann mein update video gerne abonnieren um das nicht zu verpassen aber was ist denn anders oh gott ich habe echt einen frosch im hals ne kennt ihr so einen frosch im hals so also vielleicht kennt ihr das ihr seid so letzte season auf rang 50 hoch weil es dreifache punkte gab und hatte easy gegner alles war perfekt und dann plötzlich trefft ihr für einen rang 100 spieler auf einen top 100 spieler so und dann merkt er plötzlich scheiße ich kann nichts tun warum kann ich nichts tun er hat kombos benutzt wo man nicht nur schlagangriffe benutzt und fernangriffe also rote und gelbe karten sondern auch zwischendurch einfach diese ganz normale tackle attacke bedeutet ist zurückgeschlagen worden dann konnte er wieder ausweichen konnte wieder energie sammeln also key sammeln konnte wieder einen angriff ausführen hat dich wieder getackt hat dadurch wieder energie bekommen also key konnte wieder eine attacke ausführen und so weiter und so weiter und das ist ab morgen zum glück nicht mehr möglich das ist so nervig gewesen du konntest gefühlt drei stunden im kampf nichts tun weder ausweichen noch den charakter wechseln noch zurück angreifen du konntest nichts tun du warst gefangen in dieser kombo aus schlagangriffen fernangriffen und tackles du konntest faktor nichts tun ok aber 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 das ändert sich nun durch das nutzen des tackles in einer kombo war von der kombo getroffene spieler länger handlungsfähig als vorgesehen das heißt die hatten das nicht geplant dass das so läuft wie es läuft aber sie haben arschlage gebraucht das mal zu ändern wenn das nicht so vorgesehen war hätte man das schon sehr sehr lange ändern können daher wird jetzt nach dem treffer mit einer künste angriff ein teckel ausgeführt wird den gegner nur noch bis zur mittleren distanz zurück stößt so kann keine kombo durchgeführt werden also ja er kann dich nach einem schlagangriff noch immer mit einem teckel zurückwerfen aber kann dann nicht weiter einfach weiter angreifen sondern du kannst einfach ausweichen zum beispiel es ist einfach vorbei es kann er kann dich nicht mehr bis zum toden nerven mit seinen ganzen angriffen bloß die tackles das ist nun vorbei dadurch senkt sich aber die anzahl der möglichen kombos weil du kannst dann nicht drei milliarden key sammeln ständig auf den gegner einprügeln dass der combo zähler geht runter und dadurch ich lese es vor dadurch dadurch ein teckel eine combo nicht mehr weitergeführt werden kann werden von kombos ausgelöster schaden angepasst bedeutet aufgrund dieser änderung erhöht sich der verursachte kombos schaden von charakteren die leicht lange kombos ausführen können bedeutet zum beispiel mein geliebter roter super saiyajin vegeta der seinen seinen schlagangriff auf neuen key runtersenken kann oder 5 5 key runtersenken kann der konnte ja ewig lange kombos machen und der macht jetzt mehr schaden das ist mega geil also wenn du einen charakter hast der sein der das key senken kann seiner künste karten und durch das ganze zeit durch das ausweichen immer neues key sammeln durch den sidestep ähm kannst du nun mehr damage verursachen als davor finde ich auch geil ähm kaboom impact kennt ihr vielleicht auch das ist wenn zwei ähm zum beispiel zwei kmhs aufeinander treffen dann gibt es so einen balken den du treffen musst ne wer eben den höheren balken wer den balken halt höher trifft an der 999 der gewinnt dann und dieser angriff kann nun auch gegner besiegen ist ziemlich geil bin ich mal gespannt wie das so wird und dann haben wir noch was cooles was uns aber derzeit außer es passiert morgen etwas was erklären werde nichts bringt und zwar guckt euch mal all diese kämpfer an von broly bis cooler bis chilled bis goku black kibu das alles dabei törls sel alles ist dabei ihr seht samasu das hier sind arsch viele kämpfer und die ganzen kämpfer bekommen jetzt noch einen tag hinzugefügt und zwar mächtiger feind die alle sind dann jetzt nicht nur regeneration saiyajin cyborg was auch immer sondern auch zusätzlich mächtiger feind was bedeutet mehr möglichkeiten ein team zu bauen habe ich mir habe ich durchgelesen dachte mir jo geile idee aber 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 um diesen tag nutzen zu können wie zum beispiel mächtiger feind brauchst du erstmal kannst ja was machst du brauchst du erstmal einen helden der das buffen kann ich erkläre es euch mal anhand von badog badogs wer ist das mal schnell badogs badogs ich gucke kurz badogs team genau ist ja eine der neueren tags also das hier unten sind tags die charakter zugehörigkeiten okay und badogs team ist so ein relativ neuer tag noch und ist ja schön und gut dass es zum beispiel die anderen badogs hier dass die jetzt auch badogs team sind ist ja schön und gut aber ihre z fähigkeit von damals hat sich ja nicht geändert das heißt auch jetzt der broly der törls der cooler und so weiter werden jetzt nicht mit ihrer z kraft plötzlich ähm mächtiger gegner und so weiter buffen sondern trotz dessen nur ihre eigene sache bedeutet du brauchst einen neuen charakter so wie diesen neuen badog noch der in seiner z fähigkeit eben auch das kann nicht nur wie er zum beispiel sei teams buffen sondern auch badogs team bedeutet wir brauchen vielleicht bekommen wir morgen sogar einen neuen kämpfer der eben genau das kann einen neuen kämpfer der dann diese ganzen helden bufft durch mächtiger feind das kann ich mir gut vorstellen dass morgen irgendein banner kommt oder hat zum jubiläum wer weiß der den tag trägt mächtiger feind und auch die z kraft hat mächtiger feind zu buffen denn wie gesagt schön und gut wenn die alle morgen mächtiger feind sind bringt uns das trotzdem nichts ja du kannst sie alle gemeinsam in ein team reinstecken und spielen aber sie unterstützen sich nicht gegenseitig sie buffen sich nicht sie haben die z kraft nicht die z fähigkeit nicht das zu buffen und da bin ich gespannt kommt da morgen etwa ein neuer mächtiger feind oder kommt zum jubiläum was ja auch schon sehr bald ist ein mächtiger feind also die fragen die ich mir stelle kommt dann morgen was der diese ganzen baff und du damit ein richtig krasses team bauen kannst weil du hast unzählige möglichkeiten die was zusammen zu wursteln zusammen zu bauen das finde ich einfach geil ich habe da mega bock drauf stell dir mal vor du kannst ein team bauen aus all diesen kämpfern bist nicht mehr gezwungen nur seier jeans zu nehmen nur sei box zu nehmen nur regeneration zu nehmen nur dies und das nur weibliche kämpfer scheiß egal was du bist dann nicht mehr gezwungen das zu tun sondern nimmst zum beispiel hat eben diesen neuen kämpfer der vielleicht morgen kommt der baff dann mächtiger feind und dann fügt so einfach fünf von dieser liste hier hinzu und hast vielleicht ein neues lieblingsteam ich bin da sehr 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 gespannt aber eure meinung haut sie mal gerne in die kommentare was sagt ihr dazu an alle pro spieler was sagt ihr dazu dass teckel nun nicht mehr die kombo weiter führt sondern beendet und dadurch helden stärker werden die eben von sich aus eine höhere kombo machen können weil sie eben zum beispiel eine fähigkeit haben dass ihre schlagangriffskarten nur fünf key kosten und somit natürlich unzählige schlag schlagangriffskarten rausgeballert werden können was sagt ihr dazu und allgemein ich habe euch den frosch heute im haus allgemein was sagt ihr zu mächtiger feind dass man uns eine große varianz hat von sozusagen teammitgliedern da bin ich echt mal gespannt da bin ich echt manchmal bin echt gespannt update morgen wir jetzt noch ganz 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 kurz Gott ich quatsche mehr so lang ganz ganz kurz die täglichen ziehungen machen ich werde es auch überspringen übrigens gestern um 17 oder so habe ich ein video gemacht wo ich ein dragon ball fighters turnier angekündigt habe alle infos dazu findet ihr im video werde ich jetzt auf der endcard gleich verlinken ein dragon ball fighters turnier diesen sonntag zur feier von mastered ultra instinct goku in dragon ball fighters der am freitag erscheint am donnerstag live auf twitch werden wir ein so ein probeturnier machen paar anliebe ist da und am sonntag dann live auf twitch eben das turnier wer nicht dabei sein kann auf twitch was sehr schade ist kann sich das ganze auch als youtube video angucken dann am montag sonst link zu twitch in der video beschreibung es wird alles am nachmittag stattfinden donnerstag ist nämlich feiertag und sonntag hicks sonntag ist er sowieso frei für die hicks was ist heute los wie die meisten von euch also wie ist dragon ball fighters wird krass gestern gab es auch ein neues v jump leaks video von dragon ball legends also alle neuen wichtigen videos verlinke ich euch gleich auf der endcard einfach drauf drücken nach dem video aber es sieht schlecht aus wir ziehen heute hier gar nichts schade ich dachte ich kann irgendwas lustiges ziehen hier mit den 20 zeit kristallen täglichen ziehungen leider kam da gar nichts raus oh man oh man schade 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 alle durch ja alle durch leider nichts mehr gezogen aber ja was sagt ihr zu den ganzen änderungen ich bin sehr sehr gespannt auf eure meinung meine habt ihr jetzt gehört ich finde alles bisher geil nur brauchen wir den helden der auch das mächtige feind team dann buff denn ohne jemanden bringt das nichts wenn die alle diesen tag tragen ohne einen z fähigkeit boost das bringt einfach nichts Leute ich wünsche auf jeden fall noch einen wunderschönen tag gerne abonnieren um nichts zu verpassen morgen mittag gucken wir uns das update an haut rein bis zum nächsten mal und